Für diese Übung braucht ihr zwei stumpfe Haushaltsgegenstände oder zwei Bälle zum Beispiel, die in jeweils eine Hand nehmt, die Arme gestreckt vor euch haltet und zunächst versucht, die gleichmäßig hochzuwerfen. Wenn das funktioniert, könnt ihr auch versuchen, den rechten Ball ein bisschen höher zu werfen als den linken. Oder den linken Ball etwas höher zu werfen als den rechten. Oder versuchen, die Bälle hochzuwerfen und die Arme zu überkreuzen. Oder, um das Ganze richtig zu erschweren, könnt ihr dann auch noch versuchen, die Bälle hochzuwerfen, euch einmal im Kreis zu drehen und die Bälle zu fahren.